Köln, der öffentliche Schlagabtausch zwischen Paulina Liubas, 27, und Sandra Sikora, 32, geht in die nächste Runde. Der Grund diesmal? Sandra hat ihre Teilnahme beim Fame-Fighting-Event plötzlich abgesagt. Das bringt Paulina natürlich ganz gehörig auf die Palme. Immerhin wollte die 27-Jährige ihren Zwist mit der Kölnerin eigentlich im November im Ring austragen. Doch daraus wird nun nichts, wie Fame-Fighting-Veranstalter Eugen Lopez am Montag via Instagram verkündete. Paulina Liubas ist ready und gehübt, Tee, aber ihre geplante Gegnerin ist nicht so überzeugt davon, schreibt Eugen in seiner Story. Was er damit meint? Sandra hatte sich auf ihrem eigenen Instagram-Kanal zu Wort gemeldet und die Gründe dafür verraten, warum sie nicht an dem Event teilnehmen will. Zwar möge sie die Veranstaltung, sehe sich selbst aber nicht im Ring. Überhaupt habe sie auch gar keinen Grund zu kämpfen, berichtet die 32-Jährige, die beteuert. Ich habe keine Angst. Ich bin einfach nicht die Person, die jemand anderem auf die Schnauze hauen möchte. Paulina Liubas antwortet auf Statement von Erzfeindin Sandra Sikora, Habe ich nicht anders erwartet. Aussagen, die ihre Konkurrentin so nicht stehen lassen will, diese plaudert prompt einige Details rund um die beinahe Teilnahme am Box-Event aus. Letztes Jahr im November wurde ich noch während der Veranstaltung über das Management gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, weil sie boxen wollte und das gegen mich, berichtet Paulina auf ihrem Instagram-Kanal. Sie habe der Idee dann zugestimmt, allerdings nicht wegen Freund Tommy Pedroni, 29, der einst mit Sandra zusammen war und so gewissermaßen der Stein des Anstoßes im Streit der TV-Diven ist, sondern, weil Sandra sie permanent in der Öffentlichkeit schlecht machen würde und sie seit zwei Jahren konstant um jeden Preis versucht, zu provozieren, meint die 27-Jährige. Sandras Absage überrasche sie allerdings nicht, erzählt Paulina, die eine ganz klare Meinung dazu hat. Das hat dann nichts mehr mit darüber stehen zu tun, sondern mit jemandem, der sich schlicht hinter seinem Handy versteckt. Rechtschreibung angepasst, dass der Boxkampf am Ende nun doch nicht stattfinden wird, sei für sie aber kein Problem, meint die ehemalige Temptation Island-VIP-Kandidatin. Einen letzten Seitenhieb in Richtung Sandra kann sie sich dann aber doch nicht verkneifen. Dann wünsche ich ihr alles Gute und viel Glück bei der zukünftigen Reichweiten-Geierei bei den Herren aus Film und Fernsehen.